Hallo, hier sind Buta und Crowdcontroller. Mein 100-Abo-Special hat angefangen, wir sind hier gerade auf meinem Server. Und ihr dürft jetzt alle hier auch noch drauf joinen. Und zwar braucht ihr dafür Hamachi. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das müsst ihr runterladen und dann in das Netzwerk Butter Special 1 joinen. Wenn das voll sein sollte, was ich nicht glaube, dann versucht ihr es mit Butter Special 2, danach Butter Special 3 und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr über Hamachi auf meine IP auch in Teamspeak connecten. Dafür müsst ihr erstmal Teamspeak runterladen. Da findet ihr den Link auch in der Beschreibung. Und dann können wir alle miteinander reden, wenn ihr wollt. Noch was wichtiges, was ich sagen muss? Mir fällt nichts ein. Nö. Naja, egal. Also das Ganze läuft heute den ganzen Tag und vielleicht morgen auch noch ein bisschen. Nach der Projektwoche. Nein, das machen wir nicht jede Woche. Sondern vielleicht nochmal beim 200er. Na egal. Ich hoffe, dass mal jemand kommt. Ich meinte morgen nach der Projektwoche. Achso. Ja, wahrscheinlich. Na egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mal jemand kommt. Und mal gucken, ob dieser Server hier gleich geflutet wird. Wie gut. Gut.